Musik Musik mit der Klasse 12 Verhängerspanne bis 750 Kubik 2 Packt oder bis 1 Liter 2 Packt bis 1978 Musik Musik 1. Die Leistung ist da, gucken wir mal, was die Zeit ist. Jawohl, der Ader ist der Beifahrer. Und das funktioniert, also wie schnell die Strecke hier wieder trocken wird, das ist echt sensationell. Für kein Geld der Welt zernimmt. Kein Scheiß. Natürlich, mein lieber Freund, mein lieber Mann, bitte so fahren, wie du es bist. Wir wollen hier was mit nach Hause nehmen. Wenn wir ein kleines Yamaha mit nach Hause dem Weg, die kann natürlich was. Das sind die nächsten Auswehrklasse. Die beiden sind auf Österreich. Und die beiden sind auf Österreich. Und die beiden sind auf dem offenen Motor. Dort vorne im Lucky Strike. Ich bin gespannt. Wie gesagt, 1100 Kubik. Ja, und da guckt ja Klaus Riedel. Da würde er gerne auch noch mal mit seinem alten Gespann hier hochfahren. Das hat er verkauft. Wie gesagt, top in Schuss. Und jetzt geht's los. Ja, und da guckt ja Klaus Riedel. Und jetzt geht's los. 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 Auf geht's! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR